Heute bekämpfen wir den Meister der Karten, Yugi Moto, und los geht's! Duell! It's your turn! Shit! Oh oh! Das tut weh! Das fängt ja schon super an! Na? I got it! We'll get it! Geht! Ew! If we're gonna die! Toast! Aia! 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 Ja, klar. Ich dachte, vielleicht habe ich eine Chance. Oh, shit. Ein bisschen Platz auf der Hand machen. Hm, was tauschen wir denn ein? Ja, das da. Ja, war klar. Ja. Mano. Ja. Mhm. Ich habe schon keinen Bock mehr. Was soll denn das? Jogi ist einfach zu stark für mich. Ah. Ja, mal gucken, was wir da haben. Dein Gegner überspringt die Kartenphase. Jaaaa. Ja gut, das ist das einzige, was wir nehmen können. Bäbä. Ha, jetzt habe ich es dir aber gegeben. Das interessiert den so gar nicht. Ähä. Ja, block hier alles. Ah. Das tut weh. Der hat einfach noch gar keinen Schaden. Ja. Klar. Warum nicht? Zerstör doch alles, was ich habe. Ja. In der nächsten Phase kann ich das nicht wieder in Verteidigungsmodus tun, oder? Nein, schade. Wäre ja zu gut gewesen. Neee. Nää. Ja, zerstör meine Karte. Puh. Tschäh! Musik vigilante So, jetzt spielen wir mal ein bisschen defensiv und passen auf unsere Punkte auf, weil es bringt mir wahrscheinlich eh nichts. Wenn ich den... Yay! Ich beschwöre dich, Bruder, der Hab, hier! Battle Modus! Kommt eh wieder eine fallende Karte. Äh, nein? Oh, was ist da denn los? Ja, wenn ich irgendwas anwenden könnte. Nee. Okay, vielleicht doch. Ich will die Harp hier nicht verlieren. Ähm, das Ding. Okay, ich hab die Harp hier doch verloren. Na geil. Super gemacht! Echt? Aua! Boah! Ich fette in diese verfickte Biene. Boah, das geht ja. Boah! Was soll das denn sein? Boom! Boah! Oh! Da holt ihr immer die gleichen Karten wieder. Arsch. Das ist auch so eine Kackkarte, die kein Mensch braucht. Das ist auch so eine Karte. Ja, wir sind fast tot. Das ist super. Das ist auch so eine Karte. 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 Das ist auch eine Karte. Bye-bye. Ich spiele mal diese blöde Dose. Ich habe Angst vor seinen Fallenkarten. Bis jetzt geht's ja, ne? Ja, pick dich. Ich spiele mal diese Blöde. Was ist das? Oh, nee. Nee. Ich hasse dich. Nee. Nee, nee. Ich spiel in diesen dummen Eidechsen-Soldaten. Ah, reicht es? Ja, klar. Boom. Ja, ja. Nein! Nicht das viel. Boah. Nee. Na super. Ah. Wenn der das spielen kann, dann bin ich am Arsch. Ah. Aber sowas von am Arsch. Na, ja. Angriff. Bäm. Nochmal Angriff. Bäm. Und nochmal Angriff. Oh, es sieht ja schon viel besser als letzte Runde aus. Wenn ich Glück hab. Ah. Nee. Nee. Oh, nee. Na geil. Ja, ja. Glück haben, ne. Autsch. Nee, das war klar. Schickes Monster, muss ich ja sagen. Angriff. Oh, scheiß Schlange. Oh, scheiß Schlange. Angriff. Na, na, wird es was? Jaaaaaa! Da-daaam! Ich würd' mal sagen, wir haben den großen Yugi-Moto besiegt! Meister der Karten, eindeutig! Oh-oh, was nehmen wir? Das da! Ui, was ist das denn? Ha! Eine Walfestung! Naja, gut! Ein Kriegslöwe? Und? Ja, ja, ja! Gut! Ja, dann war's das erstmal!